Was wäre, wenn wir beide nicht zusammen sein dürften? Das wäre die absolute Hölle. Eben. Wie weit geht man denn für die Liebe? Wo sind die Grenzen, an denen man aufhört, dafür zu kämpfen? Oder gibt's die vielleicht gar nicht? Was wird das denn jetzt hier? Love Burns? Quatsch. Ja, aber mal ernsthaft. Überleg doch mal. Was wäre, wenn wir beide plötzlich nicht mehr zusammen sein würden? Mann, Olli, das will ich mir überhaupt nicht überlegen. Ja, aber wie lange würden wir uns denn bemühen, bis wir wieder zusammen sind? So lange, bis wir uns wieder haben, oder nur so lange, bis uns die Kräfte ausgehen? Das ist eine gute Frage. Ich kann mir nämlich ein Leben ohne dich gar nicht mehr vorstellen. Schon manchmal komisch, oder? Da lebt man sein Leben und denkt, alles wäre schön, und dann wird man einen Menschen kennen und merkt, dass das Leben erst dann richtig beginnt. Ja, weil es erst dann richtig schön wird. Oder dass wieder irgendein blöder Spruch von mir kommt. Aber genau deswegen hast du dich doch in mich verliebt. Wegen meinem umwerfenden Humor. Ach, hör auf! Und natürlich wegen meinem knackigen Hintern, den ich dir gleich versohlen werde. Hey, ist das eine Drohung oder ein Versprechen?